Hier müssen sich Unternehmen hier aufstellen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und wie kann die Prozessleittechnik hier mehrwertig sein? Effektive globale Zusammenarbeit. Denken wir allein ans Engineering, mit dem immer öfter multinationale Expertenteams beauftragt werden. Denken wir an die Zeit- und Kosteneinsparungen, die hier realisierbar sind. Wenn Teams ihre Aufgaben nicht länger nacheinander abarbeiten müssten, sondern parallel arbeiten, in Echtzeit und Disziplinen übergreiflich. Genau das ist nun möglich. Schlüssel hierzu ist ein vollständig webbasiertes Prozessleitsystem mit einem objektorientierten Datenmanagement. Simatik PCS Neo. Komm mal kurz. Rund um die Uhr, von überall und mit jedem modernen Endgerät. Das schafft die Voraussetzungen für effektives Task-Sharing und dafür, bei Bedarf weiterer Experten schnell ins laufende Projekt einzubeziehen. Einfach und über eine sichere Internetverbindung und einen aktuellen Browser. Simatik PCS Neo sorgt für höchste, ganzheitliche Effizienz bei gleichzeitig nie dagewesener Einfachheit. Das liegt unter anderem an einem intuitiven, grafischen User-Interface und natürlich der Tatsache, dass sich sämtliche Aufgaben in einer einzigen, konsistenten Workbench erledigen lassen. Das Ergebnis? Höchste Effizienz und mehr Spaß beim täglichen Arbeiten. Aber davon überzeugen Sie sich am besten selbst.